Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir vor euch die Almas Box von Curdo. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Almas von Curdo und wir sehen hier schon auf der Vorderseite einen Diamanten. Also Almas heißt, soweit ich informiert bin, auf Deutsch so etwas wie Diamant. Und das ist ja das neue Label von Curdo, das er selbst gegründet hat und unter diesem wurde jetzt dieses Album released. Also das hier ist das Logo des Labels. Dann haben wir hier einen Almas Schriftzug und hier so zwei Streifen auf der Seite. Alles eben in dieser glänzenden Schrift, hier nur einer. Hier ebenfalls nur ein Balken. Auf der Rückseite lesen wir gar nichts. Und hier haben wir Almas Curdo Deluxe Edition. Hier die Credits bzw. die Infos und hier noch einen Barcode. Alles klar. Es ist eine reguläre Klappbox, allerdings ist die vom Design her wirklich so angelegt, dass die so und nicht seitlich geöffnet wird, sondern eben im mehr oder weniger Querformat und nicht im Hochformat. Und wir haben als Inhalt einmal ein Armband, ein T-Shirt. Das Album an sich, eine Autogrammkarte, eine Mitgliedskarte, eine Plastikkarte und das dürfte dann wohl ein Poster sein. Ansonsten die Box leer. Okay, wir machen die Box mal wieder zu. Und wir fangen wie immer an mit dem Album. Curdo Almas auch hier wieder in dieser glänzenden Optik. Und hier ist das wirklich geprägt. Also man spürt es, wenn man drüber fährt, dass diese Buchstaben und dieser Diamant erhaben sind, dass die hier rausstehen. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben 19 Tracks. Wir haben Features von Rav Camora, Noah, Casey Rebel und Khatar. Die Lieblings-Tracks von mir bislang sind Nummer 2, Meine Welt und Nummer 15, Ich schaffe es. Also das sind die, die mir wirklich im Ohr geblieben sind. Hier haben wir einen Barcode und hier ebenfalls wieder die Credits inklusive Curdo. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, aber es sieht echt, es ist echt merkwürdig. Also es sieht aus, als wäre das hier drüber geklebt. Ich werde jetzt nicht nachschauen, was darunter ist, aber ich kann es mir nur so vorstellen, dass eventuell bei der Tracklist irgendeine Änderung oder Anpassung gemacht wurde, eine Korrektur. Und deshalb hat man jetzt hier die Tracklist überklebt. Also die war prinzipiell draufgeklebt, äh, draufgedruckt, so wie man es normalerweise kennt. Und wurde dann mittels diesem Sticker hier überklebt. Also wenn es bei euch genauso aussieht, bitte um kurze Info, was hier passiert ist, wenn ihr es wisst. Ansonsten haben wir es hier zu tun mit einem Digipack. Zum Aufklappen. Und wir haben hier CD1. Und mich würde es interessieren, ob wir ein Booklet haben. Schauen wir gleich mal. Ja. Wir haben ein Booklet. Gut versteckt, aber hier hinter. Normalerweise kenne ich das nur, dass man dann hier oder hier so eine kleine Tasche hat. Und das Booklet dann da drin steckt. Aber es war in dem Fall hinter der CD versteckt. Auch hier haben wir wieder Almas in dieser Diamantenoptik. Ja, wo wir gerade beim Thema sind. Und hier haben wir die einzelnen Tracks aufgelistet, inklusive der Info, wer sie produziert hat. Dann hier noch Diamanten. Kurdo und Rauch. Weitere Tracks. So zieht sich das Design jetzt durch. Kurdo mit AK-47. Immer am Rauchen, der gute Mann. Kurdo präsentiert uns hier in Farbe seine Timberlands. Und eine gute Frage, was ist das? Ich schätze jetzt mal eine Ducati. Schöne Maschine auf jeden Fall. Dann Kurdo am Shisha rauchen. Weitere Tracks. Kurdo vermummt. Und die letzten drei Tracks. Alles klar. Und dann haben wir hier noch eine Danksagung. Und hier die Rückseite. Alles klar. Dann verschauen wir das Ganze mal wieder, wo es war. Und dann haben wir hier die CD1. Sieht folgendermaßen aus. Almas und auch hier wieder mit dieser Streifen, mit dieser Diamantenoptik. Rückseite blank schwarz. Dann haben wir hier einmal Kurdo, zumindest seine Augen und die Augenbrauen. Diese Seite schwarz. Und dann hier noch die Instrumentals. Genauso wie die Album-CD, nur eben mit dem Zusatz Instrumentals. Rückseite hier ebenfalls. Glatt schwarz. Jetzt haben wir hier hinten, jetzt war ich nämlich neugierig, nachdem wir drüben das Booklet hatten. Alles klar. Das ist ein Sticker. Also, wir haben hier drin noch einen quadratischen Sticker. Den hätte ich jetzt fast übersehen. Gut, dass ich nachgeschaut habe. Also, wenn ihr das Album habt, hier hinten hinter der CD versteckt, haben wir in dem Cover noch einen Sticker. Schauen wir uns den gleich noch an. Quadratisch. Ebenfalls wieder das Almas-Logo. Hier steht noch Kurdo Almas. Schön. In schwarz-Silber, schwarz-grau. Dann haben wir dieses Armband. Auch hier wieder der Diamant. Und hier ist das Ganze auch wieder geprägt. Also, ich hoffe, man kann das halbwegs sehen. Das ist hier vertieft. Dadurch sieht man das dann. Ansonsten glatt schwarz. Und es ist relativ dick. Also, ich werde das mal ganz kurz probieren. Aber ich über mein... Das ist nämlich sehr eng. So, es ist etwas ein Kampf, aber... So sieht das Ganze dann aus. Also... Hat man dann hier ein Armband. Ich werde es jetzt aber wieder runtergeben. Relativ streng, das Ganze. Gut. Dann haben wir einmal diese Karte hier, die so schön glänzt. Ebenfalls wieder mit dem Almas-Logo. Und auf der Rückseite lesen wir... Almas... Und dann haben wir hier entscheidend eine Nummer oder einen Code. Einlösbar unter youmusic.me. Also, wenn ihr dieses Video seht, könnt ihr diesen Code natürlich gerne statt mir einlösen. Dann haben wir eine Autogrammkarte. Diese mit goldenem Stift unterschrieben. Kurdo Almas lesen wir hier. Rückseite blank weiß. Sehr schön. Und dann haben wir noch, bevor wir zum T-Shirt kommen, das Poster. Ich befürchte, oder was heißt, ich befürchte, ich nehme nur an, dass dieses relativ groß ist. Das fühlt sich auf jeden Fall so an. Oh ja. Das ist die Frage. Das ist immer so eine Sache beim Auffalten, dass man hier nichts beschädigt. So, aber jetzt. Wir sehen hier im Querformat eine Shisha und Kurdo mit dem Schlauch. Und hier oben haben wir noch die Frage. Oh ja, kann man sehen. Das Almas Logo hier halb im Rauch. Almas den Schriftzug. Ansonsten hier keine Schrift. So sieht das Ganze aus. Kurdo mit Timbaland Schuhen. Eine Uhr von Boss. Und eine Guessjacke. Ja, schönes Poster. Also mir fast zu groß. Ich bin generell eher der Fan von ein bisschen kleineren, kompakteren Postern. Aber ist auf jeden Fall top Qualität und kann man sich gut aufhängen. So im Querformat. Das Ganze jetzt nur mal wieder zusammenfalten. So, und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box noch das T-Shirt. So sieht das Ganze aus. Also komplett glatt schwarz. Und dann haben wir hier eine rechteckige Fläche, äh, Flecke. Rechteckige Fläche, die bedruckt worden ist. Und hier in der Mitte lesen wir weiß Almas. Backprint oder Ärmel sind unbedruckt. Also Backprint haben wir keinen. So sieht das Ganze aus. Fühlt sich etwas aufgeraut an. Und dann haben wir hier noch die Infogröße L. Ansonsten leider nichts weiter. Das ist die Frage, vielleicht haben wir auf der Innenseite hier unten. Jawohl. Hier haben wir noch Zettelchen. Und das gefällt mir schon sehr gut, wenn ich das sehe. Denn wir haben hier kein 0815 Gilden oder Fruit of the Loom. Nein, wir haben hier ein Continental Shirt. Fair Wear. Ethisch produziert. 100% Baumwolle. Und das Ganze klimaschonend produziert. Jetzt würde mich nur noch interessieren, ob hier steht. Nein. Ob hier irgendwo noch steht, wo das Ganze hergestellt wurde. Sehe ich jetzt leider nicht. Müsste aber auch irgendwo stehen. Hm. Spannend. Okay. Nein. Steht hier leider nicht. Egal. Wir schauen uns das nochmal kurz im Detail an, wie das Ganze getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also das T-Shirt glatt schwarz. Und dann haben wir auf der Brust rechteckig diesen Aufdruck mit dem weißen Almas Schriftzug. Und was mir vorhin gar nicht aufgefallen ist. Wir haben hier auf der linken Seite unten noch ein kleines Almas Logo im Detail. Gefällt mir auch richtig gut. Kann man auf jeden Fall gut anziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in Größe L. Dann dieses Riesenposter im Querformat einseitig bedruckt. Die unterschriebene Autogrammkarte. Dieses dicke schwarze Armband mit Almas Prägung. Dieser quadratische Sticker. Diese Karte mit dem Code. Und das Album im T-Gepäck inklusive der Instrumentals. Das alles in dieser wunderbaren Box. Almas von Kurdo. Mich würde natürlich interessieren, was ihr von dem Album haltet und der Box. Schreibt das in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kurdo unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.